So, willkommen zu einer neuen Session von Rocket League, die vierte Season, die ein bisschen verspätet veröffentlicht wird. Wir spielen ohne Mario mal an einem Schneefrei, glaube ich heißt es, Turnier, ich bitte mir diesen Namen, die merken. Oder war es doch Eisfrei, keine Ahnung mehr. Ähm, vorab sei ja gesagt, die letzten Tage schon spiele ich richtig kacke. Also überhaupt nicht Diamant-Niveau. Vermutlich nicht mal mehr Platin-Niveau. Ähm, ich hoffe es läuft jetzt bei diesem Eishockey-Match ein bisschen besser. Auf jeden Fall scheint der eine schon mal nicht... Momentan zumindest noch nicht... Oh, jetzt ist er da. Wieso hat er mich denn jetzt... Was sollte der Scheiß denn? Äh, das verstehe ich nur gar nicht. Cool, lift. Schade. Es ist auch keine Sau hinten, ey. Das wäre auch ein Glückstreffer, sonst wäre wo nichts. Oho, der ist noch gefährlich. Nice. Cool. Ziemlichst ein Tor gemacht. Wir bleiben hinten. Nehmen wir ihn an. Schön. Äh, gut. War der andere, glaube ich, auch noch dran. Ah, das war schön. Da habe ich auch keinen richtigen Druck eben hintergekriegt. Aber das ist nicht gut. Okay. Oh, sowas kann auch immer richtig schief gehen. Ah, klackt aber auch nicht richtig erwischt. Schön. Nein, nicht schon wieder sowas, ey. Unnötig. Äh, unnötig. Nein. Schön geblockt. Schön geblockt. Hinter... Oh, nein. Oh, das wäre die Chance gewesen. No. Schön. Zumindest erstmal wieder ausgeglichen. Das ist ja mal gut. Warum auch mal keinem Rückstand hinterherlaufen. Oh, ich stecke immer hier in der Ecke fest. Ach, leck mich doch. Nein. 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 Wenn wir jetzt noch ein Tor kassieren, dann wird es wohl nichts mehr. Oh, kacke. Oh, kacke. Mensch, wieso kacke. Mensch, wieso kicken die mich denn dann dauernd? Jetzt noch den Abpraller rin. Nein. Wäre ich mir doch hingefahren. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, kacke! Das lief ja gut. Hey! Ausgeschieden in Runde 1 schon. Hey, Wahnsinn, geil. Aber, wir haben ja noch den zweiten Versuch. Und, damit die Vögel... Oh, ich kann hier was abholen. Nice. Das ist schön. Eine Kiste. Zink. Nochmal XP. Okay. So, was haben wir hier vorhin? Aber lege ich jetzt nicht unbedingt an. Zack. Aber hier haben wir noch ein paar. Eine Kiste. Nochmal X3-EP. Nochmal weitere XP. Oh, gefällt mir. Sehr gut. Was haben wir denn hier an der zweiten Etappe bisher? 5000 Punkte in Online-Spielen. Können wir noch was erreichen jetzt auf die Schnelle? Äh, ne, 15 Vorlagen noch eventuell. Aber, ich denke mal nicht, dass das so schnell klappt. So, dann würde ich einfach sagen, ähm... Warten wir jetzt mal, muss ich doch nochmal gucken. War hier noch? Ne, das hatten wir, das hatten wir. Okay, dann haben wir alle abgeholt. Sehr schön. Äh, dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter mit Second Chance. Spitze, bedanke mich. Bis denn.